Wie zum heiligen Bimbanius soll die Champions Rose in Bowser's Fury möglich sein? Junge, wie soll eine menschliche Kreatur diesen Spruch schaffen? Willst du wissen, ob ich es geschafft habe? Dann würde ich jetzt erstmal den Kanal abonnieren. Moin Freunde, mein Name ist David mit einem Umlaut. Und du fragst dich jetzt sicherlich, was ist das für eine ominöse Box? Ist dort drin die Entstehung des Universums und unseres Lebens drin? Die Antworten auf Fragen, die wir immer gesucht haben, Sind da drin die nächsten Lottozahlen für den Superjackpot am nächsten Freitag oder wann noch immer Lotto gespielt wird? Oder warum unser Sensei das zu Rilt gelöscht hat? Fragen über Fragen, aber nein Freunde, du hattest einfach eine einfache Mod drin. Ich meine, wer hat sich noch nie gefragt, was würde passieren, wenn Bowser's Fury ein Teil 3D Rilt bekommen würde und wir in Bowser's Fury die Champions Road spielen können mit Bowser, der sich immer wieder dreht? Das klären wir im heutigen Part. My The Ray beinhaltet die Mod sowieso einige kuriose Dinge. Unter anderem wurden einfach einige Objekte verschoben, wie zum Beispiel dieser Katzenring hier. Also dieser Katzenring steht ja normalerweise, dass die Öffnung dorthin zeigt und nicht zu Bowser direkt. Oder vielleicht möchte uns das irgendwas sagen, ich weiß es nicht. Junge, ey Bowser, ich möchte jetzt erstmal ein cooles Intro abdrehen. Moe ist schon ein bisschen am Längen. Naja, ich würde vorschlagen, wir warten erstmal so ein bisschen. Alles klar, der Sturm ist vorbei und ich möchte trotzdem einmal da oben hin. Weil normalerweise ist das doch nicht da, oder? Gab's das im normalen Bowser's Fury, diese komische... Nein, Möten, nie und nimmer. Nie und nimmer. Doch was wird hier oben passieren? Das erfahren wir im nächsten Part von... David erkundet die Welt. Naja, here we go. Wir wollen ja sehen, was passiert, wenn wir in diese Box hineingehen. Ich wollte gerade sagen, Digga, passiert nix. Aber hä, Moment mal, hä? Ach lol, hier oben ist noch eine Box. Ich wollte gerade sagen, habe ich die Mod falsch installiert? Aber wofür diese Box denn ansonsten? Und yo, jetzt haben wir es, Freunde. Wir haben direkt am Anfang hier schon zwei Hilf-Items. Aber die Champions Road in Bowser's Fury nachgestellt. Ich bin gespannt, wie schwierig der ganze Bums am Ende doch wird. Wir haben eine Katzenglocke zur Verfügung. Und wenn man die Champions Road damals gezockt hat, das war schon immer... Nein, nein, nein! Ein Heideakt. Das Besondere an dieser Champions Road wird sein, wenn wir runterfallen, sind wir endgültig tot. Und wir müssen uns jedes Mal dorthin teleportieren lassen. Alter, wir sind mitten im nix. Mitten im nirgendwo. Kommt man im originalen Game hier eigentlich hin? Ich glaube nicht, oder? Okay, ich glaube, den Anfang probieren wir besser doch mit dem Tanuki-Schwanz. Und ich finde es aktuell ziemlich verwirrend, dass nicht normalerweise diese übelsten... Nein, 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 nein. No! Hey, Bowser, was geht? Willst du mich später wieder attackieren, Bro? Vor allem das, was ich mich jetzt frage. Wie wird das wohl sein, wenn Bowser... Kann Bowser hier hochschießen? Wird Bowser uns in irgendeiner Form belästigen, wenn wir hier oben sind? Denn normalerweise heißt es ja, dass der Finger oben wird man nicht loben, ne? Also, dachte ich zumindest. Okay, so, jetzt ganz vorsichtig. Bam! Oh mein Gott, what? No way! Digga, als ob man... Hier oben wird man noch von Bowser beschossen. Ich karr komplett ab. Als ob man hier oben noch nicht mal vor Bowser sicher ist. Come on! OMG! Also, ich weiß auch damals, das allererste Mal, als ich das hier durchgespielt habe. Das war auf meinem zweiten YouTube-Kanal, den ich jemals gegründet hatte. Ich bin Tomagenon! Yes! Ja! Auf dem einzig wahren, legendären Tomagenon-Kanal. Was? No way! I believe I can fly! Aber wo ist denn Bowser gerade? Ich sehe den... Lol, der steht mitten im Nix. Irgendwie so ein Hund, der von Weitem... Wisst ihr, wie ein Hund, wenn das Herrchen nach Hause kommt, so stehen die Hunde immer vor der Tür und warten dann. Kannst du mich so... Uh, das ist böse. Das ist richtig evil, Alter. Holy shit. Okay, ich habe keine Ahnung, wie wir das am besten lösen. Normalerweise... Oh, wir können hier zwischenfallen. Das ist halt richtig, richtig sad und böse. Ich prob... Nein, 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 Bowser Jr. Und ja, bitte, ich wollte gerade diese Football-Spieler nutzen, genau für solche Sprünge. Uh, richtig, richtig knapp. Holy... Nein! Ach, du heilige Mutter Maria. Vor allem, es fehlt diese motivierende Musik dabei für diese übel schweren Sprünge. Also das abzuteilen, finde ich richtig heftig. So, einen Moment. Bam, bam, bam. Uh, okay. Das haben wir schon mal hinbekommen, aber das wird jetzt... Alter, das wird ein Kunstwerk. Oh, no, 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 no. So viel Konzentration am Morgen. Ich nehme den Partner am frühen Morgen auf. Vielleicht erkennt man deswegen meine maskuline Stimme heute Morgen und meine wunderbare Frise an der Stelle. Aber der Vorteil ist, dass wir das Level ohne Zeitdruck spielen können. Also ich kann jetzt prinzipiell T-Shirts bügeln nebenbei. Und das werde ich auch machen. Ja, und das Wetter? Wie ist das bei euch so? Bam, 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 bam. Nein, 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 nein. Ich wollte einen Heldsprung machen. Leben und Tod ist David mit einem Umlaut. Wie zum heiligen Bimbanio soll man das hinbekommen, wenn Bowser hier unten seine Base chillt? Yo, da unten ist er. Yes, sir. Okay, das ist machbar. Aber der Sprung hier, war das im Original-Champions-Road auch so? Ich kann mich gar nicht mehr an diese Strecke erinnern. Tatsächlich, David, gut erkannt. Denn in der originalen Champions-Road-Route, was auch immer, gab es oben rechts noch zwei Blöcke, die den Sprung erheblich einfacher gemacht haben, als hier in dieser Mod. Ich probiere mal was aus. Und zwar gehe ich einfach mit der Katzenglocke jetzt mal hier hin. Weil mit der Katzenglocke müssten wir prinzipiell die Möglichkeit haben, einen Heilsprung zu machen. Das geht irgendwie mit dem Tanuki-Schwanz nicht. Oder ich bin halt nur inkompetent. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, es ist die zweite Möglichkeit. Oh Mann. Also Schmerzen. Okay, Freunde. Ich habe mir jetzt was Neues im Internet rausgesucht. Und zwar gibt es ja diesen wunderbaren Drehsprung, den ich irgendwie beherrschen muss. Und dann müsste es eigentlich funktionieren, sodass wir genug Jump- bzw. Sprungkraft haben, um dort rüber zu kommen. Kein Plan, wie wir das jetzt anstellen. Aber ich gebe... Irgendwann später. Nach mehreren Stunden konnte ich diesen Sprung immer noch nicht schaffen und ich war so verzweifelt, dass ich bereits andere Mods für Bowser's Fury installiert habe. Ich dachte, mit Peach an meiner Seite und ihrem Schwebesprung würde es klappen. Allerdings hat sie leider keinen Schwebesprung. Also musste ich früher oder später härtere Geschütze aufrufen und habe eine Mod installiert, wo Bowser's Fury komplett unter Wasser ist und wir überall schwimmen können. Wisst ihr, Freunde, ich wollte dieses Video auch nicht ungern wegwerfen, weil ich möchte euch unbedingt diesen Hack zeigen, weil er unglaublich cool ist, dass wir einfach die Champions Road in Bowser's Fury spielen. Allerdings habe ich diesen Sprung hier nicht hinbekommen. Normalerweise hat man ja hier auch noch solche sich wechselnden Plattformen, die hier hin und her switchen, sodass dieser Sprung dort möglich ist. Aber ich muss sagen, ich habe diesen Sprung nicht hinbekommen. Ich zeige euch mal hier ein kurzes Video, wie es funktioniert. Lasst es auf jeden Fall sehr gerne bei diesem amerikanischen YouTuber Liebe Grüße von der Umlaut Gang da, wenn ihr Bock habt, bei diesem Video vorbeizuschauen. Allerdings bin ich ehrlich, ich habe diesen Sprung einfach nicht hinbekommen. Ich saß jetzt, glaube ich, zwei oder drei Stunden an diesem Sprung und es ist unmöglich. Ich habe es einfach nicht geschissen bekommen. Wow. Alter, sogar die Green Stars wurden nachgestellt. Aber wie gesagt, ich wollte dieses Video nicht wegwerfen. Dementsprechend habe ich jetzt einen neuen Hack gefunden. Wow. OMG. Mit einer wunderbaren Kameraperspektive. Und zwar in diesem Hack ist Bowser's Fury komplett mit Wasser geflutet, sodass wir wirklich überall hinschwimmen können. Allerdings ist dieser Hack noch so ein bisschen, ja, in der Beta-Phase stand auch im Titel dazu. Aber dementsprechend können wir uns alles gemeinsam anschauen, um die Champions Road hier. Gemeinsam in Bowser's Fury zu meistern. Ich glaube wirklich, den nächsten Abteil hier, den hätte ich eigentlich easy hinbekommen. Okay, mehr oder weniger easy. Also ich meine, wir können trotzdem in jeder Situation runterfallen, sodass wir halt immer wieder dieses Level neu starten müssen. Und ich finde, wow. Das sieht so abgespaced inzwischen aus hier alles. Ich glaube, dieser Abteil wäre noch schwierig geworden. Allerdings haben wir hier keine Impossible Jumps wie das gerade. Also das war unmöglich. Ich wusste nicht, wie ich es anstellen soll. Okay. Der zweite Green Star wäre hier gewesen und wir befinden uns immer noch hier über das Land von Bowser's Fury. Diesen Sprung hier funktioniert... Yo, das funktioniert tatsächlich. Holy shit. Können wir eigentlich immer noch sterben? Safe call, wenn wir hier irgendwo gegenschwimmen, oder? Oh Mann, oh, ich sehe nichts. Holy shit. Ich bin auch gespannt, wie das wohl gleich wird, weil ich meine, das ganze Land ist jetzt hier mit Water geflutet. Okay, wir versuchen mal hier reinzugehen, sodass wir... Ey, schaut mal. Das wäre jetzt originalgetreu hier auch im Game gewesen. Boah, die Kameraperspektive ist wunderbar. Ey, Peach. Ich möchte ungern unter den Rock gucken. Ich möchte das nicht. Ja, das Risiko ist mir doch viel zu hoch, jetzt zu sterben. Boah, wir können mal die Champions Road von allen Seiten betrachten. Nee, doch nicht. Wir können hier gar nicht hoch. Lol. Nein. Peach, nicht jetzt. Okay, ich hole mir noch ganz schnell ein Item, bitte. Schmeiß mir bitte eine Katzenglocke zu. Dankeschön. Boah, jetzt sterben. Das wäre so... Hammer. Mäßig. Ärgerlich. Peach. Alter, Peach willst du mich komplett flexen? Okay, bam, in die Röhre hinein. Und dann werden wir auch schon gemeinsam rübergeschossen zum letzten Abteil, wie es normalerweise in der Champions. Jürgen, wo sind wir? Digga, ich glaube, das Game ist jetzt komplett broke. Ich dachte, hier wäre noch irgendwo die Sprintplattform. Plessy winkt uns sehr, sehr fleißig. Oh, lol. Das ist super kreativ gemacht. Am Ende bekommen wir einen Katzschein. Also, wie ich sehe, wenn man drei Mods installiert hat, ist das gesamte Game irgendwie komplett broke. Wow. Das zählt dazu? Wir haben einen zusätzlichen Katzschein gefunden. Du möchtest eine weitere Mario 3D World Mod sehen? Dann klick jetzt dieses Video an und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren.